In diesem Video zeigen wir dir, wie du den Skill La Croquetta machst und wann du ihn am besten einsetzt. Viel Spaß mit dem Video! Durch den La Croquetta Skill kannst du ganz allgemein mit deinem Spieler bei vollem Tempo einen Haken nach links oder rechts machen, ohne dabei die Richtung zu ändern. Der Spieler braucht dazu mindestens 4-stelle Skills. Den Trick machst du dann, indem du die L1-Tasse drückst und den rechten Stick dann in die entsprechende Richtung bewegst. Wichtig ist natürlich auch, dass du dabei nicht sprintest und die Richtung von der Laufrichtung deines Spielers abhängt. In dieser Szene bewegst du den rechten Stick dann zum Beispiel nach oben, um den Trick nach rechts zu machen. Hier musst du den Stick nach links bewegen. Richtig effektiv ist der Trick, wie schon erwähnt, wenn du einen Gegner im Frontalen 1 gegen 1 aussteigen lassen willst. Besonders gut funktioniert das, wenn der Gegner auf dich zukommt, also versucht in den Zweikampf zu kommen. Dabei ist egal, ob du gerade vor dem Gegner stehst oder aus vollem Tempo kommst. Du kannst also durch diesen Skill entweder sehr schnell aus dem Stand beschleunigen oder dein vorhandenes Tempo halten. Wir finden, dass der Skill wirklich Spaß macht, der nicht allzu kompliziert ist, trotzdem aber sehr effektiv sein kann. Wenn du generell mehr Skills sehen willst, kannst du hier noch die Playlist mit mehr solcher Videos ansehen. Außerdem freuen wir uns natürlich über ein Abo und ein Like. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, welchen Skill wir als nächstes vorstellen sollen. Bis zum nächsten Video.